Vom Konsumieren und Gestalten Medienerlebnisse im Kindergarten vielfältig verarbeiten Kinder unter 6 Jahren sind heute in vielfältigem Kontakt mit den unterschiedlichsten Medien. Durch diese erleben sie allerlei Medienerfahrungen. Sie kommen in Kontakt mit Dingen, die sie beeindrucken, die sie fordern und fördern, aber vielleicht auch mit solchen, die sie überfordern oder welche, die einfach unpassend sind. All diese Erlebnisse beschäftigen die Kinder bewusst, aber auch unbewusst und sie bringen sie mit in den Kindergarten. Durch vielfältige Angebote und Aktivitäten können wir die Kinder dabei unterstützen, ihre Medienerfahrungen zu verarbeiten und die für sie wichtigen Elemente für sich nachhaltig abzuspeichern. Ein wichtiges Element ist es, mit den Kindern über ihre Erfahrungen zu sprechen und sie darin zu bestärken, auch schwierige Themen an- und auszusprechen. Auch beim kreativen Arbeiten miteinander kann es zu spannenden Gesprächen, aber auch zur Verarbeitung im Tun und im Gestalten kommen. In den Spielbereichen können den Kindern Figuren oder Materialien zur Verfügung gestellt werden, die Gespräche anregen oder und die Verarbeitung im Spiel ermöglichen. Digitale Medien bieten auch die Möglichkeit, selbst Erfahrungen mit Medienproduktion zu sammeln, zum Beispiel mit einem Stop-Motion-Film eigene Geschichten erzählen zu können. Auch das gemeinsame Essen bietet viel Raum, um gemeinsam Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen und dadurch zu verarbeiten. Durch die bedeutsame Arbeit der pädagogischen Teams im Kindergarten werden Erfahrungen aus den Medien verarbeitet und mit weiteren Erlebnissen verknüpft und ergänzt. So können aus konsumierten Inhalten wertvolle Erfahrungen geschaffen werden.